Nach unserem Grußkarten-Projekt wollen wir jetzt mal genau den Verkauf auswerten. Ich habe jetzt hier angefangen, verschiedene Excel-Mappen vorzubereiten. Wichtig ist für dieses Projekt, müssen alle Dateien in einem Ordner drin sein, sonst gibt es vielleicht Probleme mit der Verknüpfung. Ich habe jetzt hier für jede Klasse eine Excel-Mappe angelegt. Ich mache mal hier eine auf, so sieht es aus, also die Grußkarten Nummer 1 bis 6 und dahinter stehen dann die einzelnen Verkäufe und das praktisch für jede einzelne Klasse. So, eine Datei habe ich hier auch schon vorbereitet, Auswertung, die ist noch ganz leer. Hier nehmen wir einfach mal die 1a nochmal her und dann kopiere ich mir den vorderen Bereich. So, und daneben kommen dann praktisch die Werte der einzelnen Klassen. Also, das war jetzt die Klasse 1a. Und dann sage ich hier einfach ist gleich. Rufe ich die 1a nochmal auf und klicke dann die erste Zelle hier an, bestätige das Ganze, dann schaue ich hier mal rein, was er da jetzt reingeschrieben hat. Also, es ist kein Kopieren, Einfügen, sondern es ist praktisch ein Bezug. Also, ist gleich, eckige Klammer, dann kommt 1a.xlsx, so hieß die Datei hier. Das Ganze war in der Tabelle 1 zu finden, also Tabelle 1 und in der Zelle B2. Das sind hier noch zwei Dollarzeichen davor, vor den Buchstaben und vor der Ziffer. Das bedeutet, das Ganze ist ein fester Bezug. Wenn ich also diese Formel runterkopieren möchte, funktioniert das nicht, weil unten habe ich dann auch B, also Dollar B, Dollar 2 stehen. Wenn ich das nach unten kopieren möchte, dass sich das anpasst, dann muss ich die Dollarzeichen einfach rausnehmen und wenn ich diesen Bezug jetzt praktisch nach unten kopiere, dann habe ich auch genau das stehen, was ich hier praktisch in der Mappe von der 1a stehen habe. Okay, so, die kann ich schließen. Jetzt möchte ich natürlich auch noch die anderen Klassen haben. So, und jetzt muss ich die einzelnen Excel-Dateien aufmachen, also hier die 1b, wieder die Dollarzeichen rausnehmen und runterkopieren. Okay. So, der Vorteil ist natürlich jetzt auch, wenn man, sobald man in dieser Datei noch Änderungen vornimmt, ich mache das hier mal so untereinander, wenn ich also hier Änderungen vornehme, dann wirken diese hier sofort aus. So kann man jetzt praktisch mit einzelnen Dateien hier Auswertungen machen, man kann sie in das gemeinsame Laufwerk legen und hier hat man dann praktisch in einer Zieldatei sämtliche Werte beieinander. So, was kann man jetzt mit diesen Werten machen? Also ich kann natürlich jetzt sagen, einmal die Summen, Summe aller verkaufter Karten in den Klassen, also praktisch Klasse, das mache ich einfach so, indem ich sage hier Summe und das kann ich auch nach drüben ziehen und hier, das wäre dann praktisch, also praktisch die Summen aller verkauften Karten und zwar Karte 1 bis 6. Also praktisch jeweils der verkauften Karte, wird hier auch gleich vorgeschlagen mit der Summenformel und das Ganze kann ich nach unten kopieren und wenn ich hier noch diese Summe mache, dann habe ich praktisch alle verkauften Karten von Klasse 1 bis 2. So, jetzt lassen sich da verschiedene Ableitungen vornehmen, also machen wir das Ganze noch mal ein bisschen farbig. Das hier sind praktisch die Grußkarten-Nummern, das hier sind die einzelnen Klassen. Kopfzeile mache ich mal anders farbig. So, dann sind das hier die Summen aller Karten, die hier verkauft wurden und das sind praktisch die Summen aller verkauften Karten innerhalb der Klasse. Also insgesamt wurden hier in der Klasse 2b 21 Karten verkauft, insgesamt wurden von der Nummer 1, also die erste Grußkarte, 22 Karten verkauft und alle Karten waren 77 Stück und jetzt schauen wir uns mal an, was man aus diesen Werten noch alles machen kann. Ich kann das Ganze nämlich zum Beispiel grafisch darstellen, ich kann jetzt zum Beispiel hergehen, kann mal diesen Bereich hier markieren, sag einfügen, empfohlene Diagramme und dann wähle ich mal gleich das erste aus und dann sehe ich schon, da sind jetzt alle Informationen, ich mache es ein bisschen größer, hier sind alle Informationen drauf, die ich aus diesem Verkauf ziehen kann. Ich habe hier unten die Klassen, also Klasse, klassenweise die Farben und dann die einzelnen verkauften Karten werden hier der Höhe nach angeordnet. Das wäre also eine Möglichkeit. Dann könnte ich sagen, naja, ich könnte auch die Summe aller verkauften Karten darstellen. Hier muss ich folgendes machen, hier muss ich hergehen, muss die erste Spalte markieren, dann Steuerungstaste gedrückt halten und die letzte Spalte markieren. Jetzt sage ich wieder einfügen, empfohlene Diagramme am besten und hier kann ich auswählen, soll es ein Sollendiagramm werden oder vielleicht sogar ein Tortendiagramm, hier Kreisdiagramm, schauen wir mal, was er daraus macht. Also das sind jetzt die Summen aller Karten, also Karten 1 bis 6 und dann der jeweilige Anteil, wie viel von welcher Karte praktisch verkauft worden ist. Das wäre also die zweite Möglichkeit. Dann kann ich natürlich folgendes machen, ich kann hier jede Klasse einzeln hernehmen und sagen, naja, was wurde denn in dieser Klasse verkauft? Mal schauen, nehmen wir mal ein Balkendiagramm her und da sehe ich dann in dieser Klasse 1a, da ist von der Nummer 6 eine Karte verkauft worden, von der Nummer 1 sind acht Karten verkauft worden. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen das Ganze gestalten. So, und das Ganze kann ich natürlich auch von den anderen Klassen machen. Hier wieder aufpassen, hier muss ich natürlich die erste Spalte markiert haben und wenn ich hier erst diese nachfolgende Spalte auslassen möchte, dann muss ich die Steuerungstaste drücken und dann kann ich zum Beispiel auch die 1b auswählen. Wenn hier beide Spalten markiert sind, dann sage ich Einfügen wieder, Empfohlene Diagramme und dann nehme ich mal ein Sollendiagramm. Hier steht auch schon 1b dann drüber und ich kann natürlich hier auch wieder entsprechend mit einer Schnellformatierung, mit einer Diagrammformatvorlage hier dieses Diagramm schnell entsprechend formatieren, dass es etwas besser aussieht oder interessanter. Ja, was können wir noch machen? Wir könnten noch sagen, Summe aller verkauften Karten. Dazu nehme ich wieder ein Kreisdiagramm. Summe aller verkauften Karten wird auch gleich vorgeschlagen, also von der Klasse 1 bis 4 und dann praktisch der jeweilige Anteil der verkauften Karten. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit. Ja, ich füge noch mal ein Diagramm ein. Ich kann hier mal einfach diesen ersten Bereich hier markieren, also die Karten, die 1a, dann sage ich Einfügen, Empfohlene Diagramme, wähle einfach 1 aus und wenn mir das nicht gefällt, kann ich aber auch hergehen und sagen, okay, Rechtsklick in diesem Bereich, Daten auswählen und dann kann ich das, was hier schon mal drin steht, kann ich zum Beispiel löschen und sagen, ich möchte hier meinen eigenen Bereich aufbauen. Ich könnte also jetzt hergehen und sagen, hinzufügen, dann brauche ich einen Reihennamen, das ist zum Beispiel hier, Summe aller Karten, dann diesen Wert, den lösche ich hier raus, entfernen und gebe hier einfach hier diesen Bereich an, dann habe ich hier schon mal die Größen, hier oben steht Summe aller Karten, sage ich okay und hier habe ich noch 1 bis 6, das passt schon, sage ich okay, also habe ich hier die Karten 1 bis 6, ihr könnt natürlich auch hergehen und sagen, bearbeiten, Achsenbeschriftung, dann gehe ich hier noch mal her, sage okay und dann habe ich hier nicht nur 1 bis 6, sondern habe auch das, was hier drin steht, nämlich Nummer 1 bis 6 und das habe ich hier unten dann auch entsprechend hier und ja, dann kann ich hier noch seitlich überlegen, ob ich noch zusätzliche Elemente haben möchte, wie zum Beispiel eine Legende, die macht hier vielleicht weniger Sinn oder hier Achsenbeschriftung, wäre vielleicht dann doch gut, wenn die Teile mit drin sind, eine Trendlinie bräuchte ich jetzt in dem Fall auch nicht, aber ich kann jetzt hier auch wieder sagen, Schnellformatierung, ich könnte auch im Nachhinein noch mal hergehen, sagen, das Diagramm möchte ich geändert haben, also den Typ, ich könnte auch hergehen, sagen, ich möchte ein Balkendiagramm draus gemacht haben, ich kann auch die Farben vielleicht noch mal ändern und so kann ich mir eigentlich recht schnell ein schönes gestaltetes Diagramm zusammen klicken. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020